Willkommen and welcome. Ich habe etwas Neues von Vostok erhalten, aus Gladi Vostok heute, was mich sehr freut. Ich habe ja schon länger die Vostok Wanduhr 5CHM mit U-Boot im Angebot, die klassische. Und es gibt noch die Funker-Version, bei mir im Shop die 0302R. Und jetzt habe ich aber etwas Neues bekommen. Das packe ich jetzt einfach gleich mal aus. Auch in dem Karton mit Papieren. Hergestellt 2016. Produced 2016. Brand new. Die 5CHM mit neutralem Zifferblatt. With clear dial. Öffnet sich wie ein Bullauge. Stellen tut man sie mit der Hand. You set the time by using your fingers. You can't break it. Aufziehen. Einfach in die Richtung. Ein Acht-Tage-Berk. It's an 8-Day-Caliber. You wind it here. Hier kann man sie fein regulieren. Here you have the fine regulation, which is not necessary normally. Und dann schließt man es wieder hier. Zack. Und kann sie an die Wand hängen. You can mount it on the wall. Ist auch dabei. The screws are here. Und das ist eine schöne, neue, seltene Vostok Wanduhr in meinem Programm. You can mount an idem, edem. You can mount an idem.